Ich habe dann das erste Mal einen Pastor vorher davon erzählt, vor einem Gottesdienst erzählt. Ich habe übrigens immer mit Panikattacken zu tun vor dem Predigen. Und dann meinte er zu mir, Martin, hör mal zu, wenn diese Angst das nächste Mal kommt, lauf nicht vor ihr weg. Hallo und herzlich willkommen bei Bibel TV, das Gespräch. Unser Gast wird manchem Zuschauer heute bekannt vorkommen, sei es durch Sendungen hier bei uns auf dem Sender, sei es dadurch, dass er mit der Bewegung der Jesusfreaks zu tun hatte oder sei es mit der Initiative der Volksbibel, die er begonnen hat und zum größeren Teil dann auch selbst verfasst hat. Aber deswegen ist er heute nicht hier, sondern aus einem ganz anderen Thema, denn ihn erfasst manchmal Panik. Das ist für jemanden, der Pastor ist und damit auf der Bühne steht oder auf der Kanzel steht, schon irritieren. Gerade wenn man sich fragen muss, Jesus ist doch an meiner Seite, wie kann es sein, dass mir so etwas geschieht? Wie er damit umgeht, wie er es deutet, erzählt uns heute Martin Dreyer. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Der Glaube, denkt man ja immer, der gibt einem ein gutes Fundament und dann passiert einem nichts mehr. Das müssen ja viele Leute erfahren, dass das Blödsinn ist, um es mal grob zu sagen. Warum ist es nun ausgerechnet Panik oder wie ist es dazu gekommen oder wann ist es aufgetaucht? Hat Sie das immer schon begleitet? Ich habe das auch versucht, mal so herauszufinden, zu eruieren, wann das eigentlich losging. Und ich habe da so ein Erlebnis, wo ich das das erste Mal auch als Panik bezeichnet habe. Das war in der ganz allerersten Zeit, wo ich diese mittlerweile christliche Jugendbewegung gegründet habe, diese Jesus Freaks. Und da hatten wir, also es war sehr viel Arbeit in der Zeit, es wuchs und es hatte sehr viel Aufmerksamkeit. Und ich habe viele Wochen auch ganz wenig nur noch geschlafen, weil es sehr intensiv und sehr arbeitsintensiv auch war. Und da hatte sich ein Reporter von der Taz gemeldet, der über so eine Radiosendung, die im offenen Kanal in Hamburg lief, von uns gehört hatte. Und er wollte vorbeikommen und wollte sich das mal angucken. Und da hat er auch seinen Kameramann mitgebracht. Ich weiß nicht genau, ob es daran lag, aber ich weiß, dass an dem Abend, kurz bevor der Gottesdienst losging, die wir damals im Marquis auf St. Pauli, auf der Reeperbahn, in unserem Club gefeiert haben, ganz plötzlich ich einen wahnsinnigen Adrenalinstoß verspürte. Mir wurde heiß und kalt. Und ich konnte plötzlich nicht mehr sprechen, weil ich so viel Adrenalin im Körper hatte, dass ich tatsächlich so Lähmungserscheinungen im Kehlkopf hatte. Ich bin aufs Klo gerannt. Ich hatte Fluchtgedanken. Und das ist, also ich so Vorformen davon hatte ich schon erlebt. Aber in der Stärke so krass war das das erste Mal für mich. Jetzt haben Sie gesagt, Sie wissen nicht genau, wo es dran lag. Da könnte aber sein, dass es mit diesem Format zu tun hatte oder mit diesem, beim Kameras jetzt plötzlich, oder habe ich das eben falsch verstanden? Ja, es war wahrscheinlich eine Mischung aus mehreren. Einmal, dass da nun die Taz, die ja nun nicht unbedingt dafür bekannt ist, christlich zu sein, was mich aufgeregt hat. Ich wollte natürlich unsere Arbeit gut präsentieren. Ich wollte den Glauben gut präsentieren. Ich wollte meinen Jesus gut präsentieren. Dazu aber, denke ich, auch als zweitens diese Schlaflosigkeit, die ich schon länger verspürt hatte, schlechte Ernährung und diesen permanenten Stress in der geistlichen Arbeit. Und all das zusammen hat dann in dieser Situation wie so ein Fass zum Überlaufen geführt. Und das war ein ganz schlimmes Erlebnis für mich, was mich auch erschüttert hat, also auch in meinem tiefsten Glauben erschüttert hat. Ich hätte damit gar nicht gerechnet, dass mir so etwas passieren kann. Oder nach der Erschütterung. Hat das damit zu tun, wie ich das in der Anmoderation auch schon gesagt habe, dass man ja eigentlich meint, du glaubst, jetzt hast du einen festen Felsen. Genau. Also Glaube ist ja eigentlich das Gegenteil von Angst. Also das Wort Angst kommt hier vom lateinischen Enge. Also Angst, etwas, was einen einengt, was einen klein macht, was einen runterdrückt, was einen in ein Gefängnis bringt. Und der Glaube ist ja genau das Gegenteil. Gott führt uns in die Freiheit. Jesus sagt, wir sind zur Freiheit berufen, steht in der Bibel. Das passte irgendwie so gar nicht für mich zusammen. Deswegen war ich da auch überfordert in dem Augenblick und auch überrascht. Jetzt würde ich mir gleich noch mal ein bisschen gerne mit Ihnen zusammen anschauen, was das denn nun, was das mit Ihrem Glauben auch gemacht hat, was das bedeutet hat. Aber ich nehme an, das war ja nicht nur einmal. Sie haben ein ganzes Buch darüber geschrieben, Panikpastor. Also das ist nicht nur einmal vorgekommen, sondern hat sich immer wieder holt. Gab es dafür bestimmte Auslöser? Oder war immer klar, wenn ich auf der Bühne bin, dann passiert das? Das war eigentlich so der Haupttriggerpoint, dieses auf der Bühne stehen, vorne stehen, eine Predigt halten, eine Lesung machen. Aber auch in Talkshows ist das passiert. Und das beschreibe ich in diesem Buch. Also die ursprüngliche Idee war eigentlich, einen Reisebericht zu schreiben. So hatte ich das mit meiner Agentin, Frau Kehrfurt, ausgemacht. Schreib doch mal einen Reisebericht über deinen Dienst, weil ich das schon viele, viele Jahre mache. Und dann merkte ich so nach der dritten, vierten Geschichte, dass so diese Reise, das war fast so wie so eine Heldenreise. Ja, so Martin Dreyer und er ist unterwegs. Und die Tausende bekehren sich. Und ein Erfolg, das Erlebnis jagte das nächste. Und ich merkte, nee, das ist nicht ehrlich. Also wenn ich das Buch so geschrieben hätte, das wäre irgendwie gelogen gewesen. Denn diese Angst, diese Mater, diese Qual, diese Panikattacken, besonders vor dem Predigen, mir immer wieder bereitet haben, die haben einen ganz wichtigen Teil ausgemacht in meinem Dienst und haben ihn mir auch malig gemacht. Das ist mir auch erschwert. Also ich habe wirklich ganz oft vorher und auch nachher auf einer Rückfahrt mit Gott gerungen und gebetet und gesagt, Gott, warum nimmst du mir das nicht? Warum ist das mein ständiger Begleiter? Kannst du das nicht einfach von mir nehmen? Es muss doch viel befreiender sein, wenn ich da vorne stehe, ohne diese Angst. Aber er hat es viele, viele Jahre nicht getan. Wir haben eben gesagt, Qual vorher. Das heißt, das war wahrscheinlich auch während des Auftrittes, aber die Befürchtung, es könnte wieder passieren, war das eigentlich die schlimmste Phase von dem Ganzen? Ja, also man sagt ja immer, es gibt immer diese Panik, diese Angst, aber es gibt auch die Angst vor der Angst. Also auch in der Medizin, in der Psychologie ist das ein Begriff, die Angst vor der Angst. Und diese Angst, gerade während einer Predigt oder einem Auftritt oder einer Lesung so stark zu erleben, da gab es Situationen, beschreibe ich auch in dem Buch, wo ich wirklich mitten im Gottesdienst stand und ein Blackout hatte, nicht mehr wusste, wo ich bin, was ich jetzt sagen soll. Und das war so schlimm, dass anschließend ich auch immer wieder Angst davor hatte, dass so eine Situation nochmal kommt. Und dass es mich übermannt und ich das auch nicht mehr kontrollieren kann. Wurde das dann zu so einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung, sodass das dann sowieso immer wieder geschah, weil Sie eben gedacht haben, es könnte ja wieder passieren? Ja, teilweise kann man das schon so nennen, aber es entzog sich auch wirklich meiner Kontrolle. Also ich beschreibe ja auch Geschichten, wo das nicht so war und wo ich auch gar nicht so richtig verstanden habe, warum das nicht so war. Aber dieses Buch ist so ein bisschen auch so eine Selbstreflexion und so ein Schauen, wann war das besonders schlimm, was waren das für Umstände. Und ich versuche immer wieder nach jeder Reise auch zu erzählen, wie ich damit umgegangen bin und was ich alles ausprobiert habe, um diese Angst irgendwie zu überwinden. und dass diese Angst mich nicht mal so lähmen kann. Das wäre natürlich auch ganz spannend für diese Sendung, gleich mal darüber zu sprechen, wie Sie es überwunden haben, weil das damit natürlich auch eine Hilfe ist für andere, auch wenn das sicherlich immer was sehr Individuelles ist. Aber Sie haben eben gesagt, Sie haben sich dann auch mit Jesus auseinandergesetzt, haben dann überlegt, wie kann denn das sein? Wie haben Sie das denn geregelt? Also gibt es da irgendwie etwas, wo Sie sagen, das ist weil oder bleibt das ein offenes Geheimnis für Sie? Ich habe so ein paar Antworten im Laufe dieser Reise gefunden, sage ich mal, die mich teilweise aber auch nicht ganz befriedigt haben. Also eine Antwort mit Sicherheit, die macht auch Sinn, dass diese Angst mich natürlich auch immer sehr abhängig gemacht hat von Gott. Also ich konnte nie da vorne stehen und sagen, hier Leute, ich bin der Held und ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen und tut das, was ich tue. Ich weiß, wo der Hase längs läuft, weil ich halt immer diese Schwäche, diese schwache Seite in mir hatte und dadurch auch ganz doll abhängig war von Gott. Also ich wusste immer, wenn ich was für ihn mache, ich brauche ihn und ohne seine Hilfe, ohne seine Kraft schaffe ich das nicht. Aus meiner Kraft heraus schaffe ich das nicht. Das war definitiv auch eine gute Seite an diesem Leiden, diese Abhängigkeit, auch dieses letztendlich ihm immer die Ehre geben zu müssen und auch zu wollen. Einerseits ist es ja auch, wenn man so einen Erfolg hat im Dienst und da bekehren sich viele Leute oder man gründet so eine Jesus-Freaks-Gruppe und es funktioniert und es läuft und es gibt Wachstum und so. Das tut einem natürlich auch gut und das tut auch dem Selbstwertgefühl gut. Aber sich darauf dann zu bauen, das kann dann doch erkrankt werden. Wenn die Arbeit dann zusammenbricht oder nicht mal funktioniert, was ist damit ihr ein Selbstwertgefühl? Also das war auch so eine weitere Lektion, die ich irgendwie lernen musste, meinen Wert irgendwie in Gott festzumachen und nicht in meinem Erfolg im Dienst als Pastor. Das ist für Sie eine wichtige Erkenntnis daraus geworden. Das klang vorhin ein bisschen so, als wären Sie auch der Überzeugung, als hätte Ihnen Gott das irgendwie geschickt für weiß der Himmel was. Ist das so oder können Sie das trennen, dass Sie sagen, also diese Panikattacken, die kommen woanders her, das hat mit Gott jetzt erstmal nichts zu tun. Oder empfinden Sie das auch als etwas, wo er einen Plan mit hat? Das ist eine ganz große Frage, die wir jetzt hier gar nicht hinreichend klären können. Woher kommt das Leid in der Welt? Warum lässt Gott Leid zu? Da gibt es viele Geschichten. Ein guter Freund von mir, Anne Kopfermann, ich glaube, da war er auch schon mal hier. Mit dem habe ich mich auch auf vielen Touren, die wir jetzt da mal im Auto darüber unterhalten. Es gibt Leid, wo man im Endeffekt im Rückblick dann doch sagen kann, okay, das war sehr, sehr schmerzhaft, aber Gott hat es irgendwie genutzt. Es macht im Rückblick auch Sinn für mich. Und doch bin ich eigentlich der Überzeugung, dass Gott nicht so ein Peitschengott ist, der da steht und sagt, so Martin, jetzt komm mal damit klar und ich will jetzt deinen Charakter verändern und deswegen schicke ich dir dieses Leid so. Das heißt, Sie neigen eher dazu zu sagen, das kommt jetzt mal nicht von Gott. Das kommt einfach woanders her, das ist auf bestimmten Situationen und das ist nun mal so. Genau. Es gibt ja auch viele Theologen, die auch immer Evangelikalen, die schon so ein Gefühl haben, alles ist letztendlich von Gott gesteuert und wir müssen dann mit unserer Entscheidung mit diesen Steuerungen umgehen. Ich sehe das eher weiter so. Ich lebe in dieser Welt, die eine gefallene Welt ist. Wir leben nicht im Paradies. Ich bin mit meinen Charaktereigenschaften, mit meiner Erziehung, mit meinen Genen, mit meinem Umfeld, mit meiner Sozialisation groß geworden und damit muss ich irgendwie leben und damit muss ich irgendwie umgehen und versuchen, meinen Weg mit Gott zu leben, so gut ich kann. Haben Sie jemals daran gedacht, dann aufzuhören, diesen seelsorgerischen oder diesen Pastorendienst, diesen Missionsdienst? Ja, also sehr oft. Sehr, sehr oft. Also gerade immer dann, ich beschreibe ja auch, nachdem ich diese ersten vier Highhelden-Reisen-Kapiteln dann nochmal überarbeitet habe, habe ich dann überlegt, ich muss auch so ein paar Reisen schreiben, wo es ganz schlecht gelaufen ist und wo mich Leute eingeladen haben und gehofft haben, da kommen jetzt ganz viele zum Glauben. Also ein Teil meines Dienstes hatte auch einen missionarischen Charakter, evangelistischen Charakter und dann ist da gar nichts passiert oder es sind kaum Leute gekommen oder so, da konnte man nachher auch nicht sehr viel mehr gut reden, sag ich mal. Und daraus ergab sich schon die Frage, ja, soll ich das jetzt dranlegen? Ja, ach so, genau, das war die Frage. Ja, genau, also das, immer an diesen Momenten, wo das dann auch im Endeffekt dann keine Erfolgsgeschichte am Ende mehr rauskristallisiert sich hat, da habe ich dann auch oft immer gedacht, ja, Mensch Gott, such dir doch jemand anders. Also, aber auch immer schon vorher, also wenn diese Panik ganz schlimm kam, es gab doch unterschiedliche Stufen, habe ich auch oft so Gedanken gehabt, ich gehe jetzt. Ich kann es nicht. Ich schaffe es nicht. Ich schaffe diesen Weg nach vorne auf die Kanzel nicht. Ich sterbe. Also ich beschreibe auch, dass es, es hat auch sowas von so einer Sterbenserfahrung, ja, also diese Angst, die kann so stark sein, dass es fast so eine Todeserfahrung wird, die einen vom Leben abschneidet. Furchtbar. Trotzdem scheint es so zu sein, dass Sie immer daran geglaubt haben, was Ihre Berufung ist, nun mal auf der Bühne zu stehen. Ich meine, man hätte ja auch sagen können, vielleicht ist es ein Zeichen dafür, dass das nicht meine Berufung ist, aber vielleicht ist die Berufung, Bücher zu schreiben. Da muss ich keine Panik haben. Aber auf die Idee sind Sie so nicht gekommen. Es war für Sie immer klar, nee, ich soll auf der Bühne oder auf der Kanzel stehen. Ja, also eigentlich seitdem ich zum Glauben kam, mit 18, 19 gab es so einen Ruf, sage ich jetzt mal, im charismatischen Bereich, spricht man ja auch von so einem Bekehrungserlebnis mit so einer Vision zusammen, dass immer wieder Menschen auf mich zugekommen sind, von meiner Mutter, von dem Pastor, irgendwelche prophetisch angehauchte Gemeindemitglieder, die mir immer wieder zugesprochen haben, Martin, Gott möchte von dir, dass du das machst, dass du predigst, dass du das Wort Gottes verkündest. Tante von mir hatte einen Traum, wo ich mit einem Schwert auf einer Kanzel stehe und da gab es ganz, ganz viele Bestätigungen. Also ich habe diesen Ruf eigentlich immer sehr stark auf meinem Leben gespürt und wusste irgendwie auch, wenn ich das jetzt nicht mache, dann wäre ich auch nicht an dem richtigen Ort. Dann würde ich mich auch nicht wohlfühlen. Dann hätte ich nicht das Gefühl, das zu tun, was Gott von mir möchte, meinen Auftrag zu erfüllen. Heute sind Sie darüber wieder sicher? Ja, also ich war mir immer sicher, dass das mein Job ist. Ich war mir bloß unsicher, woher diese Angst kommt und ob die nicht vielleicht nur ein bisschen weniger werden könnte. Und ja, also interessanterweise ist, seitdem diese Angst besser geworden ist, geheilt wurde, gibt es immer weniger Predigtanfragen. Also muss ich nächste Runde mit Gott gehen und fragen, okay Gott, was hat das in mir zu bedeuten? Soll ich wieder Panik haben, damit dann wieder mehr Leute kommen? Nein, nein, nein. Also der entscheidende Punkt ist ja, jetzt haben wir das so schön umkreist, wie es dazu gekommen ist. Und heute sind Sie sich auch wieder sicher, dass Sie auch weitermachen sollten. Aber wie haben Sie es denn bewunden? Das ist ja nun wirklich das Spannendste daran. Ja. Was haben Sie gemacht? Also es gibt Leute, die machen es natürlich medikamentös. Es gibt Leute, die machen Gesprächstherapien und versuchen die Angst so in den Griff zu bekommen. Was haben Sie gemacht? Genau, also ich habe tatsächlich auch all das ausprobiert, was Sie gerade genannt haben. Und auch von Kapitel zu Kapitel beschreibe ich das. Medikamente habe ich auch mal probiert, eher so homöopathische Mittel, weil ich ja auch eine Suchtvergangenheit habe. Ich habe Heroin- und Kokainsucht und deswegen kann ich mich mit Medikamenten nicht irgendwie anfreunden. Ich habe Tee versucht, dann christliche Meditation, dann gebietendes Gebet, Seelsorge. All das war irgendwo auch eine Station, die ich vielleicht auch brauchte. Aber tatsächlich den Durchbruch gab es dann in einem Gottesdienst, wo ich das erste Mal eigentlich auch einem Pastor davon erzählt habe. Also ich habe es immer so für mich behalten. Es war immer so mein Geheimnis, weil es mir auch peinlich war. Ich wollte nicht, dass es bekannt ist, dass ich Ängste habe. Aber es wurde doch bekannt, oder? Also ich meine, kann man das verbergen, wenn einem auf der Bühne etwas passiert? Ja, ich bin darauf jeden Fall nicht angesprochen worden. Und der Artikel in IDEA Pastor Dreier mit Angst, der hat es nicht gegeben. Also ich habe es schon geschafft, irgendwie für mich als Geheimnis zu behalten. Ich wollte auf jeden Fall nicht, dass man mir das anmerkt, weil mir das sehr peinlich war, weil ich Angst erwarte. Und ich habe dann das erste Mal ein Pastor vorher davon erzählt, vor einem Gottesdienst erzählt. Ich habe übrigens immer so mit Panikattacken zu tun vor dem Predigen. Und dann meinte er zu mir, Martin, hör mal zu, wenn diese Angst das nächste Mal kommt, lauf nicht vor ihr weg. Und da fiel mir ein, das stimmt. Ich bin eigentlich immer vor der Angst weggelaufen. Wenn die Angst kam, habe ich etwas getan, um sie wegzudrücken. Bin auf Toilette gegangen, Tabletten genommen, auch Meditation, ja sogar Gebet, Gebietnisgebet. Es war eigentlich alles immer so, die Angst weg haben wollen, wegdrücken wollen. Und er meinte, mach mal genau das Gegenteil. Sprich die Angst an, als wäre das eine Person und heiße sie willkommen. Aber sag ihr auch, du kannst mich nicht mehr kaputt machen. Ich stelle mich dir, aber du hast keine Macht mehr über mich. Und wie das so ist, ja, ich frage mich, hat man mir das nicht vorher auch schon gesagt? Ich weiß es gar nicht genau. Aber in dem Augenblick haben diese Worte so in mir geklingelt, geklungen, in meinem Herzen geklungen. Und ich bin da rausgegangen und es kam wieder diese Situation mit der Angst und ich habe genau das getan, was mir der Pastor geraten hat. Ich habe mich der Angst gestellt. Ich habe mich hingestellt, gesagt, okay, Angst, jetzt komm. Gott ist in mir, ich bin stärker als du. Du wirst mich nicht überwinden können. Und da hat sich bei mir so ein Schalter umgelegt, weil die Angst plötzlich weg war. Und ich hatte eine ganz tiefe innere Ruhe in mir und auch eine Souveränität und eine Kraft. Und seitdem ich diesen Schlüssel habe, kann die Angst mich auch nicht mehr übermannen. Weil ich weiß, jedes Mal, wenn sie wiederkommt, muss ich nur genau das tun. Ich muss mich ihr stellen, muss ihr sagen, Angst, du kannst mich nicht mehr überwinden. Ich habe dich erkannt. Ich stelle mich dir. Ich erkenne dich. Und das war wie ein Durchbruch. Das ist ja vermutlich auch ein grundsätzliches, therapeutisches Mittel, sich den Dingen zu stellen, um sie dann bearbeiten zu können, nehme ich an. Denn das kommt ja in verschiedenen Mustern immer wieder. Vielleicht sprechen wir da gleich noch mal kurz drüber, was die Leute empfehlen, die auch unter Angstattacken zu leiden haben. Das klingt jetzt fast so wie eine Schlüssel-Situation und dann hatte ich es im Griff. War das tatsächlich so? Oder tauchte das auch immer mal wieder auf und dann konnten sie es mal mehr oder mal weniger gut bekämpfen? Oder im Griff halten? Vielleicht ist das das bessere Wort? Also es war mit diesem einen Durchbruchserlebnis auf jeden Fall so, dass diese Angst vor der Angst keinen Raum mehr in mir gewinnen konnte. Weil ich hatte es einmal geschafft und damit weiß ich, ich werde es auch ein zweites Mal schaffen. Und es ist schon so, dass vor Veranstaltungen, auch gerade hier vor dieser Sendung, das mal so kurz anklingt, aber sie kann mich nicht mehr überwinden. Ich spüre, dass das Adrenalin, das ist ja auch was Gesundes. Also wenn man überhaupt kein Adrenalin hätte, hat mir auf jeden Fall mal ein Arzt gesagt, das wäre auch nicht gesund. Dann sind wir beide ganz schlaff hier. Leistungsfähig, ne? Ja, genau. Ja. Aber sie kann mich nicht mehr besiegen. Sie kann mich nicht mehr überwinden. Also zum einen haben Sie jetzt etwas gefunden, was Sie sich immer dann sagen in dieser Situation. Aber würden Sie sagen, da ist jetzt ein erheblicher Unterschied zwischen dem Martin Dreyer vorher, vor diesen Panikattacken, und dem Martin Dreyer hinterher? Besteht der nur in Anführungszeichen daraus, dass Sie das jetzt irgendwie im Griff bekommen haben? Oder haben Sie auch etwas gelernt? Denn interessant ist ja, wodurch kommt eigentlich so eine Panikattacke zustande? Was löst das aus? Oder ist das so individuell, dass man es gar nicht allgemein sagen kann? Ich vermute, es ist sehr individuell. Ich vermute, es hat sehr viel mit der Lebensgeschichte zu tun, desjenigen, mit den Auslösern zu tun, mit unaufgearbeiteten Vorgeschichten irgendwie zu tun. Ich sage auch immer, es ist da auch ein Weg mit mir gegangen worden. Gott hat ihn mit mir gegangen, ich bin diesen Weg gegangen. und diese Station hat irgendetwas bewirkt und hat mir geholfen. Und diese Durchbruchserfahrung in diesem einem Gottesdienst war letztendlich auch dann eine Konsequenz aus all den Schritten, die ich vorher irgendwie schon gegangen bin. Also wenn jetzt heute Leute zu mir kommen und sagen, Martin, ich habe auch mit Panikattacken zu tun, wie kann ich das erfahren, was du erfahren hast? Dann kann ich eigentlich immer nur ermutigen und sagen, dass die wichtigste Lektion ist, lauf nicht weg vor deiner Angst, stell dich deiner Angst, mach das offen, bring das ans Licht, geh zu einem Arzt, geh zu einem Therapeuten, geh zu deinem Pastor. Und wenn du nur vor einer Jugend stehst und deine Andacht halten sollst, dass dein erster Satz ist, Leute, übrigens, ich habe hier gerade eine Panikattacke und muss da jetzt irgendwie durch. Also dieses im Geheimen behalten, für sich behalten, damit macht man es eigentlich nur schlimmer. Das ist auf jeden Fall ein erster wichtiger Schritt. Und dann kann man all das ausprobieren. Medikamente, es gibt ja Psychopharmaka, habe ich auch erzählt, die ja irgendwie so eine Adrenalinblocker sind. und Atemübungen, es gibt christliche Meditation, das Jesusgebet, das Herzensgebet, das sind alles Dinge, die man machen kann. Und vielleicht hilft dem einen, das mehr als mir. Wichtig ist bloß dran zu bleiben und nicht aufzugeben. Und nicht wegschieben. Nicht wegzuschieben, genau. Sich diese Angst zu stellen. Zum Schluss noch, hat das auch geistlich im Nachhinein noch etwas bewirkt bei Ihnen? Also in der Auseinandersetzung mit Jesus, haben Sie jetzt eine Antwort darauf, wie das da so ist? Oder wollen Sie jetzt auch sagen, naja gut, also Jesus, es ist, wie es ist. Ich habe es jetzt nun im Griff, jetzt mache ich weiter. Haben Sie irgendeine Antwort darauf gefunden, warum das für Sie so war? Warum Sie das mit sich durch Ihr Leben schleppen müssen? Eine geistliche Antwort jetzt. Also ganz ehrlich, auch wenn das jetzt ein schönes Ende wäre, irgendwie nein. Ich glaube, ich werde das Jesus, wenn ich dann mal bei ihm bin im Himmel, fragen, was für einen Sinn hat das in meinem Leben gehabt? Und so wie vieles an auch Schlimmen und Negativen, was auch wir als Christen erleben, wo wir durchgehen müssen, wo man vielleicht fromme Antworten finden kann, die dann aber oft auch eben nur fromme Antworten sind und irgendwie was zukleistern. So gibt es Dinge, die wir irgendwann im Himmel, wenn wir vor Gott stehen, ihn dann fragen können und sagen, Gott, warum ist das in meinem Leben passiert? Warum habe ich dieses und jenes durchmachen müssen? Und er hat bestimmt eine befriedigende Antwort für mich. Da bin ich mir ziemlich sicher. Hätte, hätte, wäre, wenn. Man weiß nicht, wie mein Dienst sonst verlaufen wäre, wie mein Leben sonst verlaufen wäre. Ich bin auf jeden Fall jetzt an einem Punkt, wo ich das Gefühl habe, es ist rund, es ist gut, so wie es ist. Ich habe mein Leben eingesetzt für ihn und da sind ein paar gute Dinge bei rausgekommen. Und jetzt habe ich auch meine Angst überwunden und da freue ich mich sehr drüber. Ich bin Ihnen sehr dankbar für diese doch offene Antwort oder sagen wir für dieses offene Ende. Und auch nicht, wie Sie es selber gesagt haben, nicht mit Ihren so einer frommen, ja, ich sage jetzt Soße, die Sie da drüber kleistern und am Ende ist alles wieder gut. Nein, ist es nicht. Aber Sie haben es in den Griff bekommen und das ist was Großartiges und hat vielleicht dem einen oder anderen Mut gemacht. Vielen Dank, dass Sie davon erzählt haben. Dankeschön. Vielen Dank auch Ihnen, liebe Zuschauer, für Ihr Interesse an der heutigen Sendung. Hoffentlich bis bald, wenn es wieder heißt Bibel TV, das Gespräch. Bis dahin machen Sie es gut. Tschüss. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020